Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei FinanzGroKo. Heute geht es um meinen Aktiensparplan und zwar ist das jetzt Update Nummer 68. Bedeutet also, 68 Monate läuft bereits mein Aktiensparplan, jeden Monat Dividende und zwar ist das das Update für Oktober 2023. Ja, das Projekt läuft bereits seit über 5 Jahren und es läuft ganz gut. Ich habe im letzten Monat fast die 100 Euro geknackt, aber noch nicht geschafft. Im Oktober auch noch nicht. Wir sehen es insgesamt waren es, ich sag mal nur 92 Euro, also 8 Euro zu wenig für den 100er. Aber es ist ja noch der Dezember und der November auch noch da. Schauen wir mal da, ob es dann da klappen wird. So, aber jetzt erstmal zu Oktober. Also, wer hat mir was ausgeschüttet und zwar hier ganz oben. Cisco Systems hat mir 14,46 Euro ausgeschüttet und das waren glaube ich sogar 1 Euro mehr als im letzten Quartal. Dann Coca-Cola 15,29 Euro. Dann Altria Group, ja der Tabakhersteller. Das ist aber ein sehr solider Dividendenzahler bei mir und auch einer der höchsten Auszahler mit AT&T zusammen. Hier habe ich 35,95 Euro von Altria bekommen. Dann haben wir PepsiCo 15,57 Euro. Realty Income 8,02 Euro. Toronto Dominion Bank aus Kanada hat mir auch hier 2,91 Euro ausgeschüttet. Insgesamt, wie eben gesagt, waren es 92,20 Euro. So, eine Steigerung zum letzten Jahr Oktober etwa 19%. Dann habe ich eine Angnügung und zwar sehen wir hier. Mein Buch ist seit gestern bei Amazon gelistet. Ja, also man kann es bereits vorbestellen. Würde mich darüber auch riesig, riesig freuen, wenn du das machen würdest. Das Buch vorbestellen ist natürlich für mich sehr, sehr wichtig, dass ich bei Amazon natürlich nach oben gelenkt werde. Je mehr Vorbestellungen es geben wird, desto höher wird mein Buch natürlich stehen. Und das würde natürlich echt mega, mega super sein, wenn du das Buch vorbestellen würdest. So, einfach direkt bei Amazon Vermögensaufbau durch Aktien oder Vermögensbauaktien einfach eingeben. Dann wirst du sofort das Buch finden. Ja, ausgeliefert wird es dann etwa April. So, soviel dazu zu meinem Buch. Jetzt werde ich mich gleich bei der Konsensbank einloggen und wir können das Depot direkt dort einsehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. So, eingeloggt. Und ja, gleich zu Vorbeginn. Das Depot steht bei 43.000 Euro. Und ein Plus waren es glaube ich 7.500, also etwa ein Performance von 21% der Zeit. Ja, was sind die aktuell besten Aktien in dem Depot jetzt drin? Und zwar, wie immer eigentlich, es ist Apple mit 134%, dann Microsoft 117%, dann haben wir als drittes Vollmarkt mit 41%, fast 42% im Plus-Vollmarkt. Ja, werden wahrscheinlich vielleicht noch die einen oder anderen wissen, vor einigen Jahren, ich glaube vor drei Jahren oder so, hieß es immer, Vollmarkt, da wird nichts mehr laufen. Amazon wird das Ganze übernehmen und online. Und dadurch ist Vollmarkt damals auch recht tief gefallen. Ich glaube, bei mir in meinem Aktien-Sparplan waren die auch dann teilweise etwas länger auch im Minus. Und mittlerweile sehen wir bei fast 42% insgesamt im Plus. Das macht ein Treppchen und zwar den dritten Platz jetzt im Aktien-Sparplan-Depot. Dann haben wir Procter und Gamble mit 32%, also auch ein sehr konservativer Wert. Also wir sehen hier Apple und Microsoft, die eigentlich, ich hatte noch gestern ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Abonnenten und zwar über Aktien-Sparpläne. Er war der Meinung halt, dass man solche Unternehmen halt schwierig zu besparen sind. Und ich finde gerade solche Apple, Microsoft, sich Unternehmen gerade spannend für den Aktien-Sparplan, weil die ja seit Jahren eigentlich immer gefühlt zu teuer waren. Also die sind ja eigentlich immer überbewertet, Apple, Microsoft. Die wird man ja eigentlich ja quasi nie kaufen, weil die ja immer sehr teuer sind. Man sieht hier halt in einem Jahr 50% plus, 3 Jahre 30% plus. Also man sieht, der Kurs geht eher nach oben und es gibt kaum Rücksetzer. Bei solchen Unternehmen, deswegen ist es schwierig, dann würde man solche Unternehmen, weil die einfach toll bewertet sind, nicht kaufen. Und ja, man hätte sich da Renditen, hier man sieht, 134, 117% entgehen, würde halt entgehen, solche Renditen. Und ja, also für mich sind das ideale Sparplan-Kandidaten. So, also und dann weiter. Procter & Gamble, so hatten wir, 32%. McDonalds ist auch mit 30% dabei. Eine Starbucks 30%. Dann haben wir hier wieder ein konservativer Wert. Eine PepsiCo mit fast 23% plus. Eine IBM ist auch mittlerweile bei 27%. Eine Cisco Systems ist bei 13%. Eine Coca-Cola bei 11%. So, und das muss man noch dazu sagen, das sind ja jetzt nur die reinen Kursentwicklungen. Da kamen ja auch noch die ganzen Dividenden. Man sei ja zum Beispiel bei Texas, nee, bei Cisco Systems waren es jetzt ja ungefähr 14, 15 Euro. Das im Quartal, wenn man es mal 4 nimmt, sind das ja auch schon teilweise um die 60 Euro. So, und letztes Jahr waren es auch vielleicht um die 50 Euro das Jahr davor, vielleicht um die 30, 35 Euro. Und das Jahr davor wieder 20. Also man sieht, hier waren es auch noch mal etwa um die 200 Euro an Dividenden ungefähr zusammengekommen. Und Performance auch 270. Also insgesamt wären es wahrscheinlich bei der Diskussion mit Dividenden etwa 20% vermutlich derzeit. So, Coca-Cola, das gleiche Spiel. Auch hier kommen die Dividenden wo drauf, dann wären es auch wahrscheinlich hier so die 18, 20, 21% plus. Die Dividenden machen also schon einiges aus bei solchen Werten. So, Texas Instruments bei nur noch 10% hier. Also die haben natürlich sehr viel liegen gelassen. Man sieht hier eine Performance in einem Jahr, minus 18%. Die waren ja bei mir auch schon mal etwas höher gelistet von der Performance. Jetzt ein bisschen halt federn lassen und sind ein bisschen abgerutscht. So, dann haben wir Johnson & Johnson ist noch im Plus. Man sieht es hier, 3%, 2%, 3% im Plus noch ist noch okay. Dann haben wir hier Unilever. Die sind ja eigentlich gefühlt ja immer um den Dreh, so minus 5, minus 4% seit am Beginn des Sparplans eigentlich. Bewegen sie sich um diesen Bereich. Ja, man kann sie immer noch günstig einsammeln. Und ich hoffe mir natürlich vom neuen CEO, dass er die Marken natürlich, die etwas stärker sind, noch stärkt. Also, das sind ja, ich meine, ich hätte gelesen, das sind ungefähr 10 bis 20 Marken. Die machen eigentlich ihre 60, 70% des ganzen Umsatzes bei Unilever. Und auf die sollte man sich natürlich konzentrieren. Auf die starken Marken, die noch stärker machen. Die Margen erhöhen da. Und das hat natürlich der neue CEO natürlich auch vor. Und da verspreche ich mir natürlich so einen Kurs nach oben, wie damals bei Procter & Gamble, die es natürlich auch ähnlich gemacht haben. Die sich dann irgendwann mal gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die starken Marken, die natürlich am meisten Umsatz bereiten. Die haben den höchsten Gewinn machen. Auf die konzentrieren wir uns. Und das hat natürlich Procter & Gamble extrem geholfen. Der Markt hat es dann erkannt und der Kurs ist wieder nach oben gegangen. Das waren so um die Jahre, ich meine so 2016, 17, 18 glaube ich war das. Da hatte ich sie auch noch gut eingekauft gehabt. Mein Einzelwertdepot. Und ja, und das hoffe ich mir natürlich von Unilever auch. So, dann haben wir ein Sorgenkind. Von den meisten zumindest. Realty Income aktuell mit fast 6% Dividendrendite. Liegt bei mir minus 20% hier. Ja, ist durch die ganzen Zinsen abgerutscht. Nicht nur Realty Income, auch die deutschen Immobilienwerte wie Vonovia und sowas. Sehr extrem abgerutscht. Da ist ja noch Realty Income noch quasi stabil dagegen. Einem Jahr jetzt minus 15%. Ja, die Anleihen, die gehen nach oben. Die sind ja auch mittlerweile die US. Ich glaube die US 10 oder 15 jährige Anleihen. Die liegen jetzt zwischen 4,5 glaube ich oder um die 5%. Und Realty Income hat ja eine Dividendrendite von über 6%. Also mit Risiko immer verbunden, muss man natürlich immer sagen. Und bei Anleihen ist das ja relativ sicher. Deswegen flüchten natürlich die Anleger von solchen Aktien halt, wo sie ja mit etwas Risiko eine Dividendrendite von 6 plus vielleicht noch 1, 2 Rendite bekommen. In sichere Anlagen wie Anleihen, wie US-Anleihen. Und ja, dementsprechend fällt der Kurs von Realty Income natürlich. Der bewegt sich eigentlich ähnlich wie die Anleihen. Die Anleihen gehen nach oben, Realty Income geht halt dann etwas nach unten, damit die Dividendrendite sich irgendwo anpasst. So, aber wenn sich das irgendwann mal legen sollte, dann wird sich natürlich der Kurs auch wieder nach oben bewegen. So, in der Zwischenzeit kassiere ich hier meine 5, 6% Dividendrendite. Dann haben wir hier die Altair Group, minus 11%, AT&T, minus 25%. Dann haben wir hier die Werte, die ich mit den Dividenden bespare. Also jetzt diese 92 Euro, die ich bekommen habe, die kommen halt in Fasten und 3M rein. Nein, ausschließlich quasi nur Dividenden. Das sind zwei Werte, die, ja man kann hier sagen, also das Geld, was Geld macht, macht wieder Geld, weil die Werte, die ich erhalten habe, bekommt Fasten und Fasten und Fasten, die bekommen wieder Dividenden. Also das ist schon halt so eine Gelddruckmaschine quasi. Also Fasten liegt bei plus 12%, 3M bei minus 24%. So, dann haben wir noch ein paar kleine, hier sieht man auch die Minion Bank noch mit dabei. So, das sind aber nur Kleinigkeiten, die mit dabei noch sind. So, das waren die Werte. Wir können mal jetzt nochmal schauen, die Auswertungen. Und zwar die letzten 12 Monate. Man sieht hier von November 22 bis jetzt hier Oktober 23. Ja, die halben, das halbe Jahr quasi darüber hinaus lief positiv. Die anderen drei Monate, sechs Monate, jeweils drei Monate liefen eher negativ. Und ja, das sind jetzt die letzten August, September, Oktober eher schlecht. Aber wenn es natürlich hier rot ist, dann heißt das natürlich auch, dass ich mehr Anteile von den Unternehmen, von den Aktien erwerbe durch den Aktiensparplan. Was mir dann in den nächsten Monaten, eventuell auch Jahre, dann halt wieder zugutekommt, dass die Kurse wieder nach oben gehen und ich jetzt günstiger einkaufen konnte. So, also ich sehe es immer, wenn die grün sind, freuen wir uns auch. Ist klar, ganz, ganz klar, jeder freut sich natürlich über ein grünes Depot, also über ein rotes Depot. Aber wenn die nach unten gehen, dann sollte man sich auch freuen, weil man da einfach mehr Anteile erhält. Also kann man sagen, man freut sich immer beim Aktiensparplan, wenn die Kurse untergehen, wenn die Kurse nach oben gehen. So kann man sich einfach das Ganze auch, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen schönreden einfach oder einfach sich beruhigen damit, dass es auch mal runter und hoch geht. Und wenn unten, dann kriegen wir halt mehr Anteile. Und dann freuen wir uns halt nächstes Jahr umso mehr darüber. So, was haben wir hier noch? Schönes, was ich zeigen kann, das sind halt, ja, die am meisten ausgeschüttet haben in den letzten zwölf Monaten. Realty Income liegt bei über 80%, AT&T derzeit bei 76%. Altair Group sehen wir hier 128 Euro und eine IWM auch mit 78 Euro dabei. AT&T müsste, glaube ich, sogar, ich glaube, im November oder im Dezember nochmal ausschütten. Dann kriegen wir hier auch nochmal eine ordentliche Summe, wenn es auch um die 20, 25 Euro wahrscheinlich nochmal. Dann vielleicht knackt AT&T auch in einem Jahr die 100 Euro zu Altair Group. So, dann nach Performance, die sich am besten entwickelt haben in den letzten zwölf Monaten. Microsoft, ganz klar, hier hat ein Tausender gut gemacht. Walmart, Cisco Systems, eine Apple mit dabei. Dann die, die sich am schlechtesten entwickelt haben. Eine Realty Income, eine Johnson & Johnson, eine Texas Instruments und auch eine PepsiCo, die man hier sieht. Und die hatte ich ja auch in den letzten Monaten, ja, in den, sagen wir mal, nicht den letzten Mal, aber den Monat davor. Und davor die Wochen hatte ich mir zwischendurch meine PepsiCo in meinem Langfrist-Supro etwas nachgekauft. So, ähm, ja, das war es dann auch schon für das Video. Eigentlich alles gezeigt. Spatplan läuft. Die Performance liegt bei 21%. Im Durchschnitt von 2018 bis 2022 konnte ich die halt errechnen. Da waren es im Schnitt etwa 10 bis 11% Performance im Jahr. Sollte das Jahr jetzt irgendwann halt zu Ende gehen, dann werde ich da auch eine Rechnung machen bis 2023. Das wird vielleicht dann im Januar oder Februar passieren. Dann kann ich das Ganze halt durchschauen, wie sich dann halt die Performance entwickelt hat, ob sie besser geworden oder eher schlechter geworden ist. So, aber jetzt derzeit, die letzten fünf Jahre, liegt die halt bei etwa 11% im Schnitt pro Jahr. So, damit kann man mit dem Aktienstopp dann eigentlich sehr gut und beruhigt, äh, ja, schlafen, würde ich sagen. Also, äh, der MSCI World lief da meines Glaubens, glaube ich, nicht viel besser als 11%. So, ähm, so, aber dazu kommen ja auch die Dividenden und darum geht es ja in diesem Aktienspartplan hier. Deswegen habe ich damals das Projekt auch gestartet mit 400 Euro monatlich in Aktienunternehmen, die eine Dividende kontinuierlich auszahlen und diese auch erhöhen. Und darum ging es bei mir und ich habe jetzt, wie gesagt, in diesem Monat hier oder im Oktober, äh, um die 90 Euro schon erhalten. Das ist eine stetige Steigerung und demnächst dann vielleicht auch mal den 100er im Monat zu bekommen. Und das ist Geld, was man direkt schon auf die Hände bekommt, quasi. Man hat das schon. Man muss die Aktien nicht verkaufen, man muss nicht sagen, ja, man hat so und so viel Gewinn, man hat 300 Euro plus im Kurs und nächstes Jahr sind das vielleicht schon minus 300 Euro. Aber die Dividenden werden ausgeschüttet. Man kann mit denen halt wirklich Sachen kaufen oder halt wieder ein bisschen, so wie ich das mache. Ähm, ja, und das sind halt wirkliche Gewinne, die man wirklich schon wirklich, wirklich bekommt. Und darum geht es in diesem Projekt bei mir, ähm, mir einen kontinuierlichen Dividenden, ja, äh, Ausschüttung aufzubauen, die stets am Steigen ist. So, genug gequatscht, äh, das war's. Und vergesst nicht, äh, wie gesagt, mein neues Buch zu erwerben, zuvor zu bestellen. Das wäre wirklich mega, mega geil von euch, wenn ihr das machen würdet. Vielen, vielen Dank dafür und bis denn. Ciao, ciao.